Jo Leute und damit Willkommen wieder zurück zur Luchspark-Challenge Immer noch mit dem Flash-Shooter Der Bekloppte ist dabei Ja wie immer Wie immer Hat nen großen Schaden der Junge Komm, du freust dich doch immer mit mir aufzunehmen Nee, überhaupt nicht Das kannst du nur so sagen Naja, doch Hast du Luchspark mit aufzunehmen? Jetzt macht doch zu zweit macht's auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man dies anstacheln Ja auch so Man kann sich mal gegenseitig ärgern und alles Ja, bei uns ist es aber auch normal Ja Ich glaub ich hab gar keinen Schwarz-Folver Ja, soll ich dir mal was sagen? Ich hab jetzt alle Bücher fertig Ahahaha Wie brauchst du, hast du denn gemacht? 9 9 hab ich jetzt stehen 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 Ja Ich hab echt keinen Schwarz-Folver Also jetzt kann ich auf Level 30 verzaubern Zack Okay, das wird ja grad dunkel Auf welche Folge ist das denn? Auf jeden Fall die jetzige Mein Schneemann, der greift grad nen Zombie an Yes Yes Schärfe 3, Rückstoß 2 und Plünderung 3 Nice Spick dich Jawoll Ich hab noch nicht mal die ganzen Bücher Geil Ja, ich hatte so viel Kühe unterwegs mitgekillt Nice Plünderung ist mal so geil Soll ich dir ein paar Bücherregale abgeben? Ahahaha Jawoll Er ist so ein Arsch, ne Leute? Nice So, wisst ihr was? Ich mach jetzt sogar noch Feuerwehrwerkörper Schwarzpulver Papier Hast du auch Äh Farbstoff hab ich sogar auch Ich geb ein paar Creeper-Killen jetzt Ohne Rüstung Ein Goldnugget War auch noch irgendwie Ne Feder Sag nicht, mir fehlt ne Feder Brauchte ich ne Feder unbedingt? Aha Nö, nicht wirklich Ja dann Ein Monsterjäger hat jetzt gezählt, cool Aha Okay, sternförmig und rot Komm her, Creeper Korrekt Cento soll ich dir mal sagen? Ich hab ne Feuerwerkserkette Flugdauer 3 Sternförmig und rot Die werd ich heute Nacht erstmal zünden Cool Cool Okay Ne, das kann ich hier noch nicht ankreuzen Hab ich hier noch nicht Aber ich kann das hier schon mal Hey Creeper Das und das machen Nein Baue ein Eis im Golem Ne, das können wir Boah, dummes Misfi Jetzt ist das explodiert Boah, alles voller Creeper, aber weißt das? Und spinn Und noch ein Creeper Hilfe, verpiss dich Scheiße Scheiße Ich freu mich gerade an Nein Das scheiß Skelett hat mich eben abgeschossen Du bist jetzt gestorben? Ja Ahahahahaha Iiii, ist das geil Ich mach keinen schönen Tag Wie? Cheaten oder was? Nein, schlafen gehen Weiß ja wo die Sachen waren War ja nicht weit weg, das war ja in der Wüste hinter mir Na dann, ist ja nicht so schön Es wird bei mir nachts Das heißt ich kann gleich eine schöne Feuerwerksrakete anzünden Gute Nacht Dann wird das nächste Ziel auch erreicht Boah ey, ich hab gar nicht gesehen, dass ich noch so wenig Leben hatte Wahrscheinlich durch die Creeper-Explosion hemmt Natürlich kacke, so Ist wird dunkel Wisst ihr wat? Wir zünden jetzt einfach die Rakete Das kommt davon wenn man Ähm, sich Bis Pulver holen will Ooooooh Ooooooh Okay, Ziel erreicht Ja, schlauch Wobei ich geguckt hab und was gesagt hab Eigentlich wollte ich zuerst den Mund halten Wenn ich nach dem Rezept guck Ooooooh Bist du wieder Oh, bist du jetzt nückelig? Ne, aber so gemein bin ich ja nicht Äh Nein Nur nicht Ich hab doch gesagt, dass ich nach dem Rezept guck Ja Du, ich hätte dann irgendwann drauf geguckt Oh, was kannst du noch machen Jetzt hab ich schon wieder 3 auf 1 Streich Was ist das herrlich? So, jetzt geh ich Achja Essen hab ich mit Brüstung hab ich mit Ja komm, ich geh in der Hölle All meine Sachen wieder Ey Ach ne, ich wollte schon sagen, da ist ein Kopf Aber ist er nicht Schade Aber sonst hätte ich den Kopf da mit reinstecken können Dann hätte ich die Creeper-Face bekommen Da fällt man runter, ne Bloß nicht Aber Spider kann ich noch killen Gehen Leben ja noch Und Spider-Man Jawoll, ey, ich find das so geil Aha 30er Schwert Oh, 30er Schwert Aber so schaff ich nie Level 30 zu kommen Ne Zum Schießpulver hab ich Passt Ich hab auch grad ne längere gezündet Aua Wer hab mich denn da durchs Portal geschossen? Und du selber Nein, Mini Hier, Mini-Villager So ein kleiner Aha Zombie-Mini Nein, haut ab Zombies Es geht weg Lapis hab ich aber nicht Ich wollte gerne einen blauen Nein, nein, nein Aber es leckt einem in der Hölle Und mich hat so ein kleiner Mini-Zombie verfolgt Verrecke doch Verrecke doch So, wo geh ich jetzt lang So, wo geh ich jetzt lang? Wolltest sowieso farmen gehen So ist das dann nicht Ja du wolltest Ja du wolltest farm gehen Ich aber eigentlich nicht Also hier bin ich letztes Mal gegangen Oh, ein blauen Pilzin Brauch ich gleich für das fragmentierte Auge Ja Eben hab ich noch geguckt Eben hab ich noch geguckt durch das Level Ich war, wo ich gestorben bin davor Linden war ich Level 5 Aber naja Geht ja noch Na das Eben war ich auch nicht wirklich Ja Das ist ja noch auszuhalten Uah Ja So Dann wollen wir mal Fireworks-Rakete Wieder verrecken Ja du mich auch Bar 4 hab ich auch Das war so Ein Gold-Nugget da rein Ach ich muss mir jetzt mal Farbstoff machen Im Rot Hab ich auch gehabt Zack Einen roten Stern Zack Weilegeile Aktion Zack Zack Okay Auf jeden Fall bräuch ich das für Wohl warte mal Für die Folge an Silvester Vielleicht so ein Spass-Alarm Okay Geht das auch Geht das auch mal schauen Hätte natürlich was So eine Folge Zack Du hast gar nicht Singleplayer Nimmst du gar nicht Minecraft mehr auf, ne? Nö Im Moment hab ich nicht so die Lost dazu Nicht Lost Aber Spark willst du machen Ja Spark Ja Spark Nugget Schießpulver Ah Genau komm mal hin Stern Feuerwerksstern Stern Sternförmig Gelb Hellgrau Rosa Rot Boah wie viel Farmer sind drauf geklatscht Gelb Hellgrau Rosa Und Rot Wie viel Farmer sind drauf geklatscht Ja Viele Warte mal ich brauch noch ein Schwert wo ich den Gaspel Papier Und Zack Damit ich wieder Tennis machen kann So Flugdauer 3 Sternförmig Gelb Päck Päckral Rosarot Ja das wird jetzt wohl schon geil Ja aber erstmal muss das wieder dunkel werden Achso Ach zünd doch einfach Nein will ich nicht Dunkel siehts besser aus Da sah es auch Ich muss mir bald ne neue Kiste bauen Ich hab grad auch schon wieder ne einzelne aufgestellt Ich versuch jetzt so langsam ne Festmockey zu finden M Sticks da Achso hab ich da auch noch gehabt Nein Kann ein paar Fackeln bauen Wo ist der Gast So reicht Wo ist er Ja Gast drehen und so brauch ich auch noch Ja hab ich zwei Stück Ja du mir auch Hab ich einen wo ich eins halt aufgenommen hab Hab ich äh Na wo steht die Sonne Ach gerade in der Mitte Hab ich Gas Tennis gespielt Ok Garsch Tennis Garsch Tennis Garsch Deswegen hab ich auch ein zweites Schwert mit Nicht nur mein gutes Plünderungsschwerter Oh ist das Oh Plünderungsschwert 3 und dann noch Rückstoß und Schärfe 3 Ja wenn man so ein Glück hat ist das normal Get lucky Hab ich immer Get fucky Jetzt müsste ich eigentlich nur noch Glück haben für ne Festung Ein paar Lohnungen holen Braustand machen Hallo Pickmans Hallo Pickmans So Ist gut bei euch Hey Mr. Pickman Komm auf meine Party Achja Ich stell dir meine Freunde vor Aber irgendwie weit und breit Nothing hier Komm ich mach mir noch ne Goldschaufel Goldschaufel Willst du mich grad veräppeln? Ja Warum dat denn? Machen wir eine Grimantschaufel Wollte ich fertig bin ne? Ha 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 Du weißt ha 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 Ah, 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 ah! Du hast eindeutig einen schaden, aber kräftigen. Ah, 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 ah. So wie du, ne? Ne, ich hab keinen Schaden. Nö, du doch nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ein Affenkopf-Mensch, ja. Nein. Doch. Warum schaffe ich es jetzt hier durchzubuddeln? Nein. Erstmal die Kohle, die ich hier nicht stehen gelassen habe, abbauen. Wie in der x... Wie in der ep. Die Erfahrungspunkte, bitte sehr. Ja. Ich brauch mal nicht Level 30 Und dann verreck ich wieder und komm schon wieder nicht Level 30 Am besten 29, so richtig, nur kurz davor so Wenn ich mein Pech kenne, ja klar Heißt du, hast du eigentlich auch verdient Nö, du hast das verdient Nö Immer zu verrecken Schauf ich da? Ich will eigentlich nicht da runterfallen Ich will eigentlich nicht, nein, nein Weißt du was? Guck mal nach meinem Redstone Meh, EP Yay Das war mit dem Leben knapp, ey Dein Kopf ist auch knapp Knapp auf den Boden geklatscht, ne? Nein, boah, da spring ich noch nicht runter Ich muss ja im Moment warten Oh, scheiß Grill, ne? Echt Dö, dö Lalalalalalalala So, boah, mein Herzen, ey Boah, wünsch mir Glück, ich will nicht sterben, okay? Ne Okay, ich wünsch, dass du verreckst Ja Oh, nein Wo bist du runtergesprungen? Äh, er fiel aus großer Höhe Er wurde In der Hölle Haha Jetzt weiß ich aber nicht, in welche Richtung mein, 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 äh, Haus ist Links oder rechts? Vielleicht Du hast nicht schlafen Ja, aber, äh, mein, äh, mein Bett ist ein, äh, Etage tiefer Deswegen Achso Ah, okay, ich mach mir eben noch eine Spitzhacke Die Papine Noch mehr Kohle Kohle, 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 ganz viel Kohle Ganz viel Kohle, Kohle, Kohle Oh, das kann ich mir eben erlauben, hier Dö, 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 dö Was kannst du dir nicht erlauben? Ach, eben noch eine Spitzhacke zu machen Und mal aufs Essen mitzunehmen Äh, Spitzhacke kaputt gegangen Aber ich hab ja noch eine Diamantenschaffe Danke, Skeleth, damit, dass du mich vorgeboxt hast Bitte Ich weiß, hab nicht, warum ich lang gelaufen bin, das ist viel schlimmer Wann weiß man das überhaupt schon mal? Und das Problem ist, ich muss mich beeilen Ja, ne? Vier Minutes Vier Minutes? Drei Minutes, jup Jetzt Ach, ja Noch ein bisschen Redstone einsammeln Die Kohle, die ich hier liegen gelassen hab So, irgendwo, irgendwo, da runter So, Level 7 Ich bin ja zweimal runtergefallen Sprich, aber ich wollte nicht warten Nein, jetzt bin ich ja noch am Brennen Nein, jetzt bin ich noch am Brennen So ein Knallkopf Weißt du, was dabei ist? Mein gutes Schwert Ja, pech, ne? Nein, 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 nein Wünsch mir, komm, einmal Glück Oh nein, weißt du, und jetzt hör ich noch ein Gas Du brauchst kein Glück Du sowieso nicht Ich hab ein Gas gehört, das will ich doch nicht hören Los, lauf, Forrest Forrest Gump So, hier ist man durchgehen Flieg und Sieg Schokolade und Sieg Yay Boah, ich hab fast noch in Lava reingesprungen Puh Echt, echt Schnell, 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 schnell Da ist mein Plünderungsschwert bei Go, go, nein, oh Nein, nein, weg damit Faulte und ich ins Soulcent rein Aber übrigens in diesem braune Launepack Da haben wir auch den Death Timer mit drin Da sehen wir, wie lange wir Zeit haben, um die Sachen wieder einzusammeln Oh, geil Nein, 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 nein Die Foot brennt, die Foot brennt, dauer ab Nein, 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 nein Oh, das war knapp Gebrenzt Nein Hinter mir war ein Gas Aha Boah Ja, das ist gut, dass man sieht, wie lange man Zeit hat, noch bis die Sachen wechseln Und wie weit das entfernt ist Das ist geil Der ist normal, wenn ich echt damit bei, der ist nur ausgeschaltet Achso Genauso wie Enchanting Plus Ist auch nur ausgeschaltet Okay Ja, aber wenn, dann machen wir ihn an, oder wie? Das ist alles an, was da drin ist, jetzt am Mods Oh Komplett alles an Ey, da muss ich mich beeilen jetzt hier Oh Wecker Ja, ich weiß Ich glaube, das muss ja eigentlich draußen dunkel sein, ne? Weiß ich nicht Achja Mach schauen Ich glaube ja Na komm schon Achja Das sind meine super Items Alter, wo bin ich denn langgegangen? Ich muss ganz schnell hoch, weil vielleicht schaffe ich noch in der Folge ganz schnell zum Schluss die Rakete zu starten Beul dich Los, 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 Bewegung, Bewegung, Bewegung Nein Nein da Mitnehmen Zack Geschafft Und Folge ist zu Ende Oh Würde ich mal sagen Wir bedanken uns fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Oh 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 Oh